Hallo Freunde des guten Geschmacks und schön, dass ihr wieder eingeschreibt seid in einer weiteren Folge Back4Blood. Hier bei den Junkie Monkeys, ich bin der Minway und wir spielen den zweiten Akt, Folge Nummer 8, Ver... Verboten, der... Irgendwie so, war das? Aber ich mach das nicht alleine, ich hab unsere Chaos-Cuddy dabei. Hello again. Und Anna. Bakuna Matata, Leute. Die Anna. Die wahre Anna. Es gibt nur eine. Ach so, ehrlich? Immer wenn es regnet. So, okay. Ein Mann. Ja, du hast einen Mann, aber nicht den Mann. Mich. Boom. Sorry, ich hab die Verderbniskarte noch durchgesst. Ist nicht schlimm. Oh nein. Wir sind es gewohnt, auf dich zu warten. Ja, genau. Schau du, dass du dir heilst, sonst bist du am Arsch. Am Arsch. Ich will mich aber nicht heilen, ich will im Arsch sein. Warum bin ich denn im Arsch? Weil ihr Münzen sammeln musstet. Ja. Das muss man jetzt nochmal so erwähnen am Rennen. Ich kann nicht mal die tolle Schrotflit jetzt nehmen, weil ihr Münzen sammeln musstet. Also ich hab trotzdem noch immer so viel Münzen. Ja, ja. Ich hasse euch. Wir haben die erlebt. Was labert mit dir, Thiota? Halt die Fresse, du laber. Katti, 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 Katti. Bleib mal stehen. Kaff' mal. Kaff' mal, er rauf' mal bitte. Obe. Kaff' noch eine. Kaff' noch eine. Geht nicht. Kreise. Kannst du dich irgendwie oblegen? Ähm. Na, wie denn? Ich kann sie nur schmeißen. Ich geh schon mal. Ich kann dir nicht mehr irgendwie geben, oder? Gib her mal. Gib her. Ich komm ja auch schon. Achso, das ist der Maxi. Du findest. Hoppala. Geh dann schon da. Mit V? Nein, funktioniert nicht. Schau. Rache. Das ist echt blöd. Oh Gott. Maxi. Das war der Maxi. Ihr Münzensammler. Das war die Rache. Jetzt bin ich beruhigt. Auf, 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 auf. Ich wusste, dass was im Busch ist. Wo sind die alle? Haben die Urlaub? Ähm. Verdammt ruhig. Oh, eine Axt. Oh, oh. Wo kommt... Ich glaub, das ist ein Oger. Ich hab schon im Gehnerhand. Das ist sehr gut. Da vorne kommt der Oger. Ich knall schon mal ein bisschen drauf, damit der MG hier... Oh, Minigun? Ja, die steht hier gerade so rum. Oh, nice. Die müssen nur die Tollwolle töten. Oh. Scheiße, nachladen. Die steht da, sei Dank. Maxi, bei dir ist grün. Kann ich mal so abholen. Oh, gut, ey. Alter, was ist los hier? Oh, Wichser! Oh, Wichser! Oh, Wichser! Frist die beide, war schon nicht. Die haben Münzen. Nein! Oh, noch. Nicht, mich, nicht, mich, nicht, mich. Ich habe auch noch. Ja, wer hat sich platt gemacht? Der Killer Midway. Wie? Er ist tot. Was? Wie haben wir das jetzt gemacht? Ja, das war ich. Ihr nicht, das war ich. Ja, immer du, Maxi. Natürlich mit der Mini-Ger die ganze Zeit. Ich bleibe bei dir stehen, macht der, habe ich beschlossen. Wir müssen, glaube ich, weiter, oder? Nein, ich bleibe bei Maxi stehen. Du bist ja sowieso alle die Kiste. Ich habe auch keine Energie mehr. Hat jemand einen Pickern? No. Die gehen nicht. Ich konnte ja die Münzen nicht mehr nehmen. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Also, sorry. Au. Das tut mir leid. die munition wir müssen hier durch das war schon ein tollboy und spritzing ja aber schön dass uns den weg freigemacht wo ich sehe da was gibt es dann das sind zombies mit so leuchtenden kopf die explodieren wenn sie durchkommt egal was ist das denn jetzt schon wieder maxi ja hinter mir tollboy ich kann nicht mehr ich helfe die im ente hier was kann man immer brauchen aua wo kommt ihr denn alle her ich liegt jetzt bin zu hause ich liegt auch ihr lebt noch auf gott so viel druck und gott ich stirb ja ich werde auch gleich tot das dauert nicht mehr lange alle kommt zu dir neben der du lebst noch ja aber auch nur gerade so vor allem 28 sekunden kommt die horde das wurde aber auch wirklich zeit noch weiter weiter ganz schnell weiter ich muss mich heilen man scheiß auf heilen lauf wir sind fertig zumindest vorerst ich weiß nichts finde die probenbehälter oh gott ich glaube die kämen schon wieder auf den truck ich glaube ihr müsst mir ja ich komme zu euch da bin ich hoffe ich sehe das für ein schutzraum das erlebe ich nicht warum lebt die seine idee wo sie davor hervorgehessen und gar werner aber wo müssen wir hin aber das noch rechts weiter max die braucht was ich bin nur fast tot und stehe in der ecke hat die hat noch so erste hilfe ding gefunden kann wo bist du da ist die tür der gläufe ich jetzt sind leute weiter die hätte das ist der schutzraum ja dann kriegt das heute nicht was da ist ein tollboi taktischer rückzug jetzt hat er mich umgeklatscht schutzraum 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 hau ab ich bleib hier alleine drin kameraden schweine ich bin maxi noch gerettet was keinen dank tja so ist das so bin ich so bin ich so bin ich ja das ging echt gut hätte mir nicht gedacht so freunde das war's wieder mit der folge wir hoffentlich hat euch gefallen wenn ja lasst uns daumen nach oben da abonniert den kanal aktiviert die glocke damit ihr weiterhin kann die die münzdiebin den verräter den kollegen hat sie beobachten können in unserer let's play reihe wir wünschen doch einen schönen tag sagen tschüss bis zum nächsten mal wer ist der verräter du hat ja die befreit